Und Achtung ist noch von Heuswitz. Rachtung auch noch einmal. Startbereit dort hinten. Für seinen Lauf. Der Füße in dieser Kasse. Und es geht schon wieder runter. Der erste Dreher schon. Auf den ersten Metern dort hinten. Im Hexenkessel von Grimben. Schalt die Sonne. Das fällt uns nicht beieinander. In Front. Die Startkummer hoch. 826. Kimberly von Heuswitz. Sie machen so. Auf Platz 1. Unterwege die Türe. Der Wahnsinn. Der Sack leuchtet. Es leuchtet. Es geht wirklich zur Schacke. Wahnsinn. Weiter gespeichert. Um jeden Meter. Und die Team Vorland hat die Nase weiter vor. Team Vorland auf Platz 1. Unterricht. Platz Nummer 863. Ist vorne. SWR Racing auf der 2. Die beiden Kämpfe sind noch einmal. Und es scheint noch keine Gämpfe zu sein. Die Gämpfe geht noch einmal. Rausgott. Aber die Vorländer. Die sind richtig gut drauf. Wir haben hier alle zwei Fahrzeuge in den Vorstuhl. Wir haben gefahren. Startnummer 863. Siebenfalls ist vorne unterwegs. SWR Racing auf der 2. Der dritte Platz geht. An Startnummer 863. An Stattnummer 863. An Stattnummer 863. An Stattnummer 863. An Stimpernitzelauf. An Stattnummer 863. An Stattnummer 863. Vielen Dank.